Ciao, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Gestern kam ich an den PC und ich wurde überflutet mit Nachrichten zum neuen Gabe-Follower-Video. Und die Informationen aus diesem Video sind tatsächlich recht interessant. Und mir ist aufgefallen, dass ich ihn noch gar nicht abonniert hatte. Ich wahnsinniger, direkt nachgeholt. Könnt ihr auch gerne machen. Link ist in der Beschreibung. Und jetzt wollte ich euch geschwind dieses Video oder vielmehr die wichtigsten Punkte des Videos zusammenfassen und vor allem eben auf Deutsch präsentieren, weil ja nicht jeder so fließend in Englisch oder vielmehr in Englisch mit extrem starkem Akzent wie bei ihm eben ist. Let's go! Ach, und ich glaube, Gabe kauft voll gerne bei Skidmoren ein. Wink. Wink. Direkt zu Anfang des Videos sagt er, dass die Privatsphäre in Einstellungen geändert wurden und diese ganze Geschichte, wie sie bis dato immer die Informationen herausziehen konnten, jetzt nicht mehr so einfach ist oder zumindest so nicht mehr möglich ist, weil sie bis zu diesem Zeitpunkt eben einfach nachschauen konnten, was die Devs so getrieben haben. Also einfach geguckt haben, was spielen die gerade, auf welchen Versionen spielen die und so weiter und so fort, auf welchen Maps, pipapo. Und das ist jetzt nicht mehr möglich. Er geht stark davon aus, dass es speziell für oder vielmehr gegen sie gemacht wurde, weil sie sogar einen Bot hatten, der diese Informationen abgegriffen hat, um eben immer wieder zu schauen, was machen die Entwickler gerade und vor allem in welche Richtung könnte diese Erkenntnis gehen, also in Sachen Update zum Beispiel. Als nächstes fasst er dann nochmal zusammen, was es das vergangene Jahr so an Updates gab. Es gab überhaupt keine großen Global Updates bzw. Events, sowas wie ein Halloween Special Update oder eben auch diese Neujahrs- oder Weihnachtsevents mit Schneebellen und so weiter und so fort. Das alles gab es nicht. Es gab auch nur 34 Skins, die rausgekommen sind und das ist im Vergleich zu den Jahren davor extrem wenig. Darauf folgt eine Entdeckung, die sie am 27. September gemacht haben und zwar hat ein Entwickler auf der Map Dust Test 001 gespielt. Man dachte jetzt dann möglicherweise erstmal, dass es um Dust 2, Dust 1 oder sonst was auch geht. Aber dieser Entwickler ist ein spezieller Visual Effects Entwickler, der auch an Source 2 beteiligt war und vor allem auch an Half-Life Alyx. Darum kann man eher davon ausgehen, dass es hier wirklich um Partikel, also Staubeffekte geht und nicht eben um die Map Dust. Das deutet wieder auf Source 2 oder vielmehr die Portierung der Maps auf Source 2 hin bzw. die Überarbeitung der Maps. Da kommt aber gleich nochmal ein Punkt extra dazu. Des Weiteren wurden viele neue Direktoren und Animatoren eingestellt, die auch mit einem neuen Tool arbeiten und zwar mit dem Tool AnimGraph. An der Stelle geht GameFollower davon aus, dass dieses Tool eben dann grundsätzlich für Counter-Strike benutzt wird und dass diese gesamte Animationsgeschichte von Source auf AnimGraph umportiert wird. Und das Gute daran ist, dass die Animationen dann nicht mehr gecodet werden müssen. Zumindest soweit ich weiß, es ist Node-based und wenn ich mich da recht entsinne noch aus meinem Studium, dann ist die ganze Geschichte so ein bisschen Drag & Drop mäßig und vor allem kann man die Bewegungen zum Beispiel einfach ziehen, wie er das ja auch hier im Video zeigt. Also du musst diese Bewegungen nicht mehr irgendwo einkoden, sondern kannst sie tatsächlich einfach wie Püppchen ausführen, probieren, hin und her bewegen und dann eben auch abspeichern. Und das ist natürlich in der gesamten Ausführung deutlich einfacher und eben auch effizienter. Er erwähnt auch daraufhin noch, dass einer der Animatoren auf das 2 in Italy unterwegs war und man davon ausgeht, dass dort die einzelnen Agenten, also Fraktionen, eben getestet wurden und bewegt wurden, um zu schauen, wie sieht das schlussendlich auch im fertigen Spiel oder vielmehr auf der fertigen Map aus. Und was jetzt hier noch zu den Maps folgt, ist folgendes und zwar die Maps, die man mit diesem Präfix S2 gefunden hatte, bei der man dachte, das sei Source 2, müssen nicht zwingend komplett überarbeitet sein, sondern es kann sein, dass da einfach nur kleine visuelle Upgrades stattgefunden haben, unter anderem mit PBR-Texturen. Und diese Texturen verändern wiederum, wie das Licht mit den Materialien spielt, also wie das Licht damit interagiert. Das hat mich so ein bisschen an das Bump-Mapping von früher erinnert, das ist aber schon uralt, ich glaube aus den 80ern, da konnte man auch schon einfach durch Belichtung und wie man eben die Textur so gemacht hat, das Ganze texturiert aussehen lassen, beziehungsweise auch eben mit Höhen und Tiefenunterschieden wirken lassen, obwohl die gar nicht vorhanden waren. Und da diese PBR-Materialien ein Kernfeature von Source 2 sind, ist ja auch wieder ein Schritt weiter in die Richtung, dass da wohl, ja, was kommt oder kommen muss oder kommen wird. Und was ich zum Ende hin noch sehr, sehr interessant fand, war folgendes, und zwar wird Wagnet auch in Bezug auf den Umzug zu Source 2 weiterhin verbessert. Am 22. Oktober, beziehungsweise in dem Update vom 22. Oktober, konnte man sehen, dass Wagnet in Zukunft auch viel mehr in Richtung Movement des Spielers gehen wird. Das heißt, es wird feststellen können, ob jemand Bunny hoppt und es werden auch Mausflicks beziehungsweise Mausbewegungen überwacht. Also wenn jemand krasse Bewegungen in eine Richtung macht, beziehungsweise untypische oder automatisierte Movements oder eben Mausbewegungen ausführt, dann wird das erkannt. Und so werden auch die, ich sag mal, unehrlichen Spieler wieder weiter unterteilt. Es gibt dann nicht mehr nur einfach Cheater, sondern eben Scripter, die mit Bunny hopp und so weiter rumdaddeln oder eben Spieler, die ein verstecktes Auto-Aim mit am Start haben. Und das ist eine extrem wichtige Sache und ein sehr guter Schritt in Richtung Cheater-Bekämpfung. Das waren so die wichtigsten Punkte, die ich herausfiltern konnte. Am Ende sagt er noch irgendwas mit den chinesischen CSGO-Live-Feed-Drops, die man einsehen kann. Das gibt es sonst gar nicht, aber dort kann man eben die Cases, die Sticker-Capsules und diese Souvenir-Kits nachschauen. Also an wen, was, wann gedroppt wurde. Das fand ich jetzt nicht so interessant. An zwischendrin hat er, glaube ich, auch noch erwähnt, dass zwei wichtige Entwickler die ganze Zeit übersehen wurden von ihm und seinem Bot und seinen Mates, die da auch einen Blick drauf haben. Und soweit wäre es das dann erstmal wieder gewesen. Wer sich das Original-Video anschauen möchte, kann das gerne tun. Es ist in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut, wie gesagt, generell auch mal bei ihm vorbei. Wenn ihr die neuesten Infos zu Counter-Strike haben wollt, dann solltet ihr dort auf jeden Fall rein abonnieren. Und ja, ich hoffe, ihr tut euch nicht schwer mit Englisch, mit starkem Akzent. Und somit bedanke ich mich bei euch hier wie immer fürs Zusehen. Vielen, vielen Dank. Wir sehen uns dann im nächsten Video oder im nächsten Livestream heute Abend ab 18 Uhr. Denkt dran, diese Woche gibt es wieder ein Knife-Giveaway. Kein riesiges, aber das sollte gerade ganz neuen Zuschauern sehr zugutekommen, denn dadurch wird das schön günstig und das sollte so gut wie jeder brandneue Zuschauer mitmachen können. Vielen Dank natürlich auch für die Daumen nach oben und vor allem für die Kommentare. Ich bin gerade jetzt wieder stark dahinter, dass ich die aktuellen Kommentare im besten Fall sofort und vor allem die alten Kommentare dann peu a peu kommentiere, beantworte und so weiter und so fort. Ich habe jetzt fast alle geschafft. Ich glaube, es fehlen maximal 30 oder 40. Dann habe ich sie endlich wieder auf Stand. Also, wir lesen uns, wir hören uns, wir sehen uns. Ja, ja. Wir sehen uns, wir sehen uns.